Fahrt ihr da jetzt mal bitte weg? Die stehen immer noch da! Ey! Und fahrt ihr da jetzt mal hin? Na, fahrt halt da mal weg! Nein, ich muss es echt so machen. Ah, komm! Jetzt aber auf! Und ich schicke gar keine neue Einheiten los. Bin ich denn bescheu? Das frage ich jedes Mal. Fällt mir gerade auf, ne? Nein, LKV, brauchen wir keinen weiteren. Wir brauchen einen Lancer! Oh, klingt das komisch, der Sound. Hallo! Wo fahrt ihr denn jetzt schon wieder hin? Ihr wollt mich doch alle verarschen, hab ich langsam das Gefühl. Was heißt langsam? Das hab ich schon die ganze Zeit, dass die mich nur verarschen wollen. Die wollen mich auch nur verarschen, die Arschlöcher. Oh, ich muss die Basis auslöschen, aber schnell! Wart mal da rüber! Schiebt ein wenig die Baufahrzeuge weg, habt schon recht. Wir brauchen hier gleich nochmal Lancer-Aufhängungen. So, ist gut. Jetzt seid ihr immer noch nicht da hüben. Was macht denn hier so lang? Schauen wir eure Eier, oder was ist los? Auch wenn ihr euch ein Angriffsbefehl gebt, seid ihr gleich da, ne? Kriegslüstene Spinner da. Speichern. Okay. Ja, gut. Baut weiter. Ich schau mal da runter, was da noch so ist. Was war denn eine Basis oder irgend so was? Komm. Nett. Komisches Sachte. Nein. Da ist bloß was zum Reparieren. Okay. Okay. Blasmas weg. Mir egal. Komm, merkt das Ding in die Luft. Das Ding. Das Gebäude. Kann man entscheiden, was da ist. Ja, beides in die Luft. Er baut noch eine Reparaturplattform, wenn ich noch irgendwo eine hinbauen kann. Nein. Sieht schlecht aus. Ah, doch, da geht. Da je dat, da je dat. Speichern. Ne, speichern mal da. Und fahren mal da rauf jetzt. Jagen erst mal das Ding in die Luft. Oh, und jetzt kommen die da raus. Jetzt kommen die da raus, ey. Nein, doch, vielleicht. Sie wissen es noch nicht so genau. Okay, als erstes. Ah. Da, die Atterie ist aber schön. Auch wenn ich, glaube ich, noch zu wenig. Oh Gott. Und sie ziehen sich wieder absolut nicht zurück. Ich muss wieder einzeln zurückziehen, ne? Ja, weil sie würde sich mobben und... Ah, komm. Ich will... dahin. Warum ist das immer wieder anders? Ich hasse euch so sehr. Okay, drei Viertel sind wir dahinter. Bauen wir noch eine Rippel... Rippel-Raketen-Stellung hier hin. Da hin. Da hin. Noch kaputter kann ein Panzer gar nicht sein. Gebäude wird angegriffen. Boah, ich hau die Dinger rein. Die hab ich auch, ja. Sonst soll ich auch mal wieder bauen, ne? Und Verstärkung. Oh. Hab ich einen neuen Commander mitgenommen? Nein. Gut. Brauche ich nicht. Äh, wo ist mein Guder? Da, nein. Nein, nein, nein. Ich sehe ihn nicht da. Okay, dann wird der schon mal voll. Fahrt-Alarm. Ach. Konstruktion abgeschlossen. Ihr... Du, ja. Es sind nicht fünf, nein. Das ist nur einer. Okay, mehr Verstärkung. Lancer. Äh, nehm ich mit, nehm ich. Nehm ich auch mit. Nehm ich. Nehm ich. Schick los den Dreck. Ach, sieht schon gleich viel besser aus. Reparieren. Rüberfahren. Oh, und die schießen da oben alles kaputt. Ah, geil. Oder sie tun zumindest so, als würden sie auf irgendwas schießen. Solange wir schießen, denkt der Chef, wir machen was. Der dumme Idiot, der dumme. Warum dauert Reparieren eigentlich überhaupt so viel länger als aufbauen? Kann man das mal immer erklären? Ich meine, es steht doch schließlich schon, oder? Dann müsste das doch nochmal viel schneller gehen. Ach ja, macht die Lancer mal kaputt, die Scheiß. Boah. Ach komm, macht sie kaputt. Die Lancer, nicht die Panzer. Die sind gerade scheißegal. Ich brauch doch noch einen Platz hier. Die Scheiß-Basis-Stimme ist sowas von im Weg, ne? Komm, vernichten. Wenn nicht, wie ihn kaputt machen, zerstören. Das sind überhaupt meine Commanders. Die hocken auch noch irgendwo da hinten fest. Also nicht weiterkommen. Geil. Oh Gott, sind da noch viele. Speichern. Vielleicht gibt es da ein Atefaktor. Gibt es Atefaktor da? Ja, komm. Oh, jetzt steht der Commander ganz vorne. Ja, ist das auch eine geile Möglichkeit, sich irgendwo zu platzieren, ne? Ganz vorne hin. Wo er hinkört, ja. Wo er natürlich am besten getroffen wird von allen. Mach mal die Verbringung platt, komm. Ich hab da sonst nicht genug Platz. Ich weiß ja auch nochmal eins dazu, komm. Ich krieg nicht mal ein Atefaktor. Oh, ne, er fährt natürlich durch. Ne, der macht. Oh, kill das Ding halt mal. Okay, egal, es läuft doch schon recht. Hallo, jetzt wird einmal alle so richtig so wusch, alle auf das Ding schießen. Was bist du überhaupt für eine Einheit? Egal, es sieht ja schon mal ganz gut aus. So, jetzt fahren alle nochmal zurück. Busten ja wieder in Treforce. Oh Gott, komm. Gott, komm. Gott, ja. Ich kann nicht mal Gott richtig aussprechen. Egal, ich bin eh Atefaktor. Da muss ich das nicht können. Dann darf ich das gar nicht können, ja. Aber wir haben schon mal gut aufgeräumt, oder? Ja, doch. Was blinkt da so grün? Ist das ein Atefakt? Haben die ein Atefakt da liegen lassen? Nein, es blinkt bloß grün. Was ist das? Grünes Licht. Was macht es? Es blinkt grün. Nein, es leuchtet grün. Ach, verdammt. Ich bin für die einfachsten Zitate zu blöd. Egal, ich hab Spaß dabei. Mir egal, was andere Leute denken. So, alle repariert und die Verstärkung kommt an. Ach, ich liebe es. Verstärkungen sind eingetroffen. Habe ich Einheiten verloren? Ich glaube schon. Nein, er ist einfach nur noch weiter befördert worden. Ach, herrlich. Herrlich. Speichern. Da. Und dann greifen wir nochmal an. Trägen noch einen Schluck. Und schicken noch mehr Einheiten. Komm, wir brauchen noch viel mehr. Wir brauchen Lanzer. Wir brauchen Luftabwehr. Luftabwehr brauchen wir eigentlich überhaupt. Egal, wir nehmen sie mit. Wie, nur noch neun Einheiten? Schick los den Scheiß. Ich muss mehr Einheiten bauen. Also, ich muss drei Lanzer bauen. Drei davon. Drei Geschütze. Ja, das reicht erstmal. So, jetzt wird erstmal hier alles platt gemacht, was noch so rumsteht. Alle Mauern, alles... War dann alle Fakt? Nein, noch kein alle Fakt. Schade, schade, schade. Schade. Egal, machen wir erstmal alles platt hier. Sind wir noch kaputt? Komm, macht kaputt. Macht's kaputt dort, da? Oder haust du doch voll auf die Fresse vor? Na, die Luftabwehr kann nix machen gegen mich. Wie geil. Los da, mal alles platt machen hier. Oh, eine feindliche Basis entdeckt. Oho. Eine feindliche Basis. Hinter der feindlichen Basis, ne? Wie geil ist das denn? Na komm, macht's halt endlich kaputtes Scheiß, Dreckszeug. Geht mir auch auf den Sack, dass das die ganze Zeit auf mich schießt. Ist wohl unfair, wenn der Fein auf mich schießt. Na, macht's halt kaputt. Das dauert immer so ewig, fällt mir aber grad auf. Macht's kaputt hier. Feindliche Basis entdeckt. Na, also. Jedoch, jedoch. So, jetzt machen wir da noch alles platt, was hier so rum steht. Das machen wir noch platt. Das war auch noch platt. Aber kein Artefakt bekommen. Geizige Mistkerle. In der letzten Mission habe ich wenigstens vier Stück bekommen. Jetzt wird ja gar keins mehr. Hast genug, ey. Brauchst du doch mehr. Feindliche Basis entdeckt. Oh, geil. Okay, ich hab's irgendwie erwartet, dass da noch einer ist, ne. Da ist noch so viel Platz und so, was. Ach, jetzt könnte man wieder durch den Boden durchschießen, oder was? Wie unrealistisch ist das Spiel, bitteschön. Oh mein Gott. Ah ja. Jetzt hab ich gedacht, wir machen den platt. Nein, vergiss es. Kann ich noch nachträglich Einheit beladen? Nein, schade. Ja, der Transport ist schon auf dem Weg zu uns. Aber wir laden noch ein paar Einheiten rein. Genau. Das ist diese komische Luftabwehr. Aber da ich keine Lufteinheiten hier habe, könnte ich mir gar nichts machen. Ah, wie geil ist das denn? Das ist so richtig gemein und unfair. Aber bringt Erfahrung, ne? So, wie greife ich die an? Die greife ich von unten an. Ja, ich geh jetzt taktisch vor. Mhm. Ich denk nach, bevor ich was mache. Hahaha. Okay, wer's glaubt, ist selber schuld. Kann ich die Opfer unten angreifen? Wahrscheinlich nicht, ne. Da unten, da ist keine Basis mehr, oder? Nein. Vielleicht steht da noch irgend so ein einzelnes Gebäude, wo ich kaputt schießen kann? Verstärkungen sind eingetroffen. Ich kann sie nicht von oben angreifen. Oh Gott. Äh, ich muss sie durch diesen schmalen Pass hier wieder angreifen, oder? Ich könnte sie auch durch diesen schmalen Pass hier... Wieso habt ihr eine Verteidigung in die Richtung, wenn ich keine Einheit in diese Richtung schicken kann? Das ist doch sinnlos. So, welchen Commander weise ich dir jetzt zu? Dem da. So, fahrt weg. Hat mein ganz Guter... Nein, mein ganz Guter hat noch Volleinheiten. Hopf. Fahrt halt mal weg. So, ihr fünf seid noch übrig. Gut. Euch weise ich dann dem anderen zu, wenn ich ihn finde. Wenn ich ihn finde, wie gesagt. Nein. Nein. Ja. Der braucht noch zwei Einheiten. Also schickt mir noch zwei. Zwei. Äh, zwei. Äh, und zwei Lanes. Ich hab so viele Lanes, ne? Wo fahrt ihr denn hin? Ihr sollt doch da rauf fahren, hab ich gesagt, oder nicht? Ich glaub schon, oder? Weiß nicht. Hat jemand aufgepasst? Kann mir das jetzt jemand sagen? Wahrscheinlich wieder nicht. Oh Gott, das wird jetzt schrecklich werden. Schrecklich wird es werden. Und die Commander stehen wieder ganz vorne. Wie immer. Stand ja jemals woanders. Ich glaube nicht. Was? Ach, ich kann auch da rum da fahren, nachher. Interessant. Gut, dass ich das während meines Angriffes feststelle. Das bringt mir jetzt zwar nicht wirklich was. So, machen wir da mal nicht Platz. Da will man aber was sehen. Scheiß Hochhäuser. Werde die da hingestellt? Voll nicht nutzlos, kaputte Hochhäuser da hinzustellen. Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Vielleicht hätte ich drei Einheiten losschicken sollen, ne? Um meine Verluste halbwegs wieder auszugleichen. Ach, Ivo. Ich verliere keine Einheiten. Sie werden auf eine andere geistige Ebene transformiert. Oder so. Sie allein erreichen die geistige spirituelle Erleuchtung. Om, om, om. Oder hinten ist ein Kraftwerk. Da könnte was sein. Ein Atefakt. Mit mystischen Kräften. Bis da ewig geballt stehen. Hat was. Irgendwas Nutzloses, ja? Aber egal. Wir haben nur eine kleine Basis. Was gibt's da? Nix. Wahrscheinlich wieder gar nix, ne? Aber es sieht schön aus, wie so alles kaputtschießen. Und sich mal Commander halt einfach mal direkt vor dem freundlichen Panzer stellen. So ganz ohne Angst und so, ne? Also das macht mir jetzt schon wenig Seuchen, ne? Speichern. Das macht mir natürlich ein wenig Eichseuchen. Hättet ihr mal die Güte, das... Ihr könnt gar nix mehr angreifen, ne? Ihr mobbt euch nämlich da jetzt mal total und sagt mir, fickt dich ins Knie. So, und jetzt fahrt ihr mal da rüber und dann könnt ihr das ja kaputt schießen. Ah ja, es funktioniert. Oh, ist doch gar nicht so klein, wie es auf den ersten Blick gewirkt hat. Oh, in die Luft jagen. Was fahrt ihr da auch rum? Wo ist euer Commander? Kaputt. Wahrscheinlich. Oh, und sie mobben sich halt total da unten rein. Oh. Ah, okay. Zurückziehen.